Hallo Freunde der seichten Unterhaltung und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wir sind inmitten der zweiten, nee, Quatsch, nicht der zweiten, der dritten Hüterprüfung. Bei ihm ist das nicht ganz schwer, aber es ist die dritte oder die vierte sogar, ich meine die dritte. Nehmen wir das jetzt einfach mal an und müssen hier, ja, in dieser Bücherwelt, in dieser Geschichte, ich sag mal, vor dem Tod davonlaufen. Und zumindest dürfen wir nicht gesehen werden. So, gucken wir mal. Äh. Oh. Okay. Ui. Hm. Oh, oh. Hm. Oh. Okay, hier muss ich durch, sagt er. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Na dann. Ui, ui, ui. Da muss ich hin. Aber vorher muss ich an denen vorbei. Wow. Wow. Was guckst du in meine Richtung? Was soll das? Hm, hm, hm. Düm, düm, düm. So. Ihr habt nix gesehen. Komm, dreh dich um. Mach dich weg. Okay. Und nur um sicher zu gehen, du gehst wieder nach da, ne? Du gehst dich plötzlich nach da. Okay. Oh, hallöchen, Mr. Tod. Hä? Okay. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihnen vorbei. Okay. Schnell rein hier. Der einzig sichere Weg. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Okay. Hier gibt es einen Mega-Power-Trank. Zaubern kann ich auch nicht. Ich dachte, vielleicht kann ich die Dinger kaputt machen. Aber nö. Sorry, dass es gerade ein bisschen dunkel ist. Aber obwohl, das geht, glaube ich. Oder ich hoffe es. Dass es in der Aufnahme geht. So. Hm? Ja, komm, hau ab. Geh weg. Du sollst weggehen. Das ist meine Chance. Hm. Jui, jui. So. Ich meine, gut. Also im Prinzip kann man hier, glaube ich, nicht viel falsch machen. Also das Spiel gibt einem schon ganz gut vor, wann man wo wie lang muss. Äh, ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Nutzen. Uh, Tarnumhang. Wie kann das sein? Nice. Nice. Wir haben den Tarnumhang. Geil. Äh, Moment. Wie komme ich da lang? Äh. Komm ich hier hoch? Nee. Hä? Hä? Moment, wat? Hier geht's doch auch nicht lang. Äh. Okay, Moment. Muss ich hier durchs Tor? Anscheinend ja. Okay, und jetzt kann ich... Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Nice. Finde ich gut. Hm, hm, hm. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber... Wo bist du, Niamh? Tja. Das ist die große Frage. Und wo geht's jetzt hin? In die nächste Literaturwelt? Oder sind wir wieder draußen? Sie sieht den Tod entgangen. Aber Sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Na toll. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuten Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Der Elderstab. Sieht so aus, ne? Okay, wir können wieder zaubern. Röms. Äh... Achso, Werkzeug ist gerade nicht verfügbar. Okay, ich dachte, ich kann vielleicht doch auf den Tarnumhang zurückgreifen, aber... Rövelium. Okay, nee, ich kann echt wieder zaubern. Gut. Äh... Ja, dann... Oh, Hallöchen. Tödlicher Schatten. Okay. Moment mal, aber wieso haben... Hä? Hä? Mein Zauberset ist irgendwie anders, oder nicht? Achso. Achso. Ja, natürlich. Ich habe hier eigene Zaubersets. Okay. Und kann ich auch nicht bearbeiten. Ah, ah. Okay, dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, das Spiel hätte hier irgendwas durcheinander gebracht. Okay, und weiter geht's. Ouch. So, weg mit dir. Autsch. Ok. Aua. Noch irgendwer? Nicht. Okay. Junge. So, weiter geht's. Weiter geht's, die wilde Hatz. Okay. Großer Platz. Nächster Kampf. Oh, gegen den Tod höchst du selbst, oder was? So, weiter geht's. Oh Au Okay, den zweiten kann man aus Weichen Nee, auf ihn wollte ich doch Oh, der nächste Troll Oh, okay Au Au Ist jetzt mal gut Hui Und nu? Ach, come on Oh 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 Okay So oft hintereinander konnte ich mich ausweichen So Oh 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 Shit Oh 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 So Weg mit dem Vieh Huh So So Hast du jetzt genug da, gefattert tot Na endlich, Alter Boah Meine Fresse Okay Der wollte es echt wissen Junge, Junge, Junge So Das heißt, wir hatten vorhin den Umhang Jetzt den Elderstab Jetzt fehlt da theoretisch noch der Stein der Weisen Ups Mhm 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 Guck gerne an, da hätten wir sie ja, die drei Heiligtümer des Todes So Und was jetzt mit dem? Können wir jetzt alle drei nutzen, gleichzeitig? Wär schon geil Okay Okay Mhm Mhm Okay, sollen wir sie jetzt mit dem Stein wiederbeleben, oder? Was ist die Aufgabe? Oh, hallo Dich kennen wir doch Äh Öh Ahja Interagieren So Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst Mhm Okay Und jetzt ihre Erinnerung Na dann Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun Mhm Mhm Da vorne ist das Denkario Denken sie daran, wenn sie meine Erinnerung sehen Mhm Na dann Ich erlau- ich trete mal vorbei Ansehen Kass Kass Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle. Ach, sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Niv, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun sie? Tief einatmen. Spüren sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Und da sind wir ja direkt wieder in der richtigen Welt. Na denn? Äh, Moment, haben wir auf uns gucken. Revelio, ist hier irgendwas? Nee? Okay, dann zurück zur Kartenkammer. Äh, sprich mit dem neu eingetroffenen Hüter. Wett, bin ich ja nur eingetroffene Hüter. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber... Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh, ja. Verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft? Und sie sich auch noch zunutze gemacht? Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass Sie nach ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere ihn, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Renrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Barkar erzählten. Isidora atmet der Emotion ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald, genau wie ihrem Vater, Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheinlich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Kobold-Silber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorher nicht sagen konnte. Renrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Kobold-Schlossers namens Bradbord zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morganock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Renrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Hoffentlich höre ich bald was von Lord Gok. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Oh, okay. Äh, damit haben wir das. Das, äh, dann, jo. Hauptauftrag abgeschlossen. Nice. Und da sind wieder meine normalen Zaubersits. Alles klar. So, das heißt, hier habe ich jetzt erstmal Pause wahrscheinlich, ne? Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Oha, ich bin Professor Weasley. Äh, hallo? What was did? Hä, hallo, Professor Weasley, was war das? Äh, Moment. Da. Äh, ja, ich bin ein richtiger Ort für die Abseits. Ne, Moment, das ist... Ich habe Diek gebeten. Es wird Zeit zu dem Verwandlungszauber. Verwandlungszauber. Diek sagte, dass er ihnen seine Erfahrungen mit dem Phönix mitgeteilt hat. Bitte sprechen Sie bei Gelegenheit mit ihm. Also war das hier jetzt das, was gerade nicht abgespielt wurde? Ich hoffe es. Hm. Ansonsten, wo ist Sebastian? Da. Ne, da ist das hier. Habe ich so reagieren dürfen. Genau, okay. Also das ist immer das Aktuellste. Das heißt, Professor Weasley will, dass ich mit Diek nochmal spreche. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder Feierabend. Na, und in der nächsten Folge, da kümmern wir uns einmal um Sebastian und einmal um Diek. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was bei den beiden Aufträgen jemals auf uns wartet, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020